Der Geist ist es, der uns über die bloße Kreatur erhebt. Er gibt uns Macht über uns und lenkt die Welt. Der erste Scheik als Scheik vollbrachte Großes. Tubalkain, sein Leben in die Ewigkeit, weil sein Geist es dachte und wollte. Die Schwäche der anderen lässt das Sein der Großen desto heller strahlen. Der Geist ist es so nach, was uns Form in jener Welten gibt und nicht das schwache Fleisch. Ein starker Geist im schwachen Fleisch vermag dort Großes zu vollbringen. Ein schwacher Geist im starken Körper ist es dort nicht mehr, denn das Opfer der Machtvollen. Von Mustrabal im Kitab-Asch-Lamaschim. Und so entsteigen die Helden der Gruft. Dort, wo der Sarkophag nach oben gezerrt worden ist, ein kleines Zelt, was von den Grabräubern aufgebaut worden ist. Und diejenigen, die jetzt nach oben steigen, sehen relativ begeistert aus. Zumindest kann man das keine Setiane ansehen und vielleicht sogar Abelmir, der sich gerade ein bisschen den Staub von den Klamotten abputzt. Nun, wie viel lungert ihr hier oben immer herum? Gott, da seid ihr wieder. Und? Wolltet ihr dort irgendwas ausheben? Irgendwelche Untoten bekämpfen? Leider nicht, nein. Es war interessant. Ein interessanter temporaler Abriss über die Geschichte von Dunja Banevian. Aber sonst kommt mir nichts zu Tage fördern. Aber das Spannende ist, sie ist ja noch gar nicht beendet. Er lebt ja noch immer. Zumindest, weil man diesen Hieroglyphen glauben kann. Und ja, wir wissen auch nicht, wann er wieder aufersteht. Hm. Ja. Also nur eine, wieder mal eine alte Katakombe mit nichts wirklich drinnen, außer irgendwelche Glyphen an den Wänden. Bei schon, habe ich schon genug gesehen. Gut, dass ich hier oben geblieben bin. Ja, das eigentlich Spannende wäre ja der Sarkophag. Aber der ist ja verschwunden. Er muss in der Stadt sein. Nun ja, dort sind wir nicht bequillig gekommen. Es wäre ein schwieriges Unterfahnen, diesen Sarkophag zu suchen, ohne zu wissen, wo er genau sich befindet. Ja, also wenn ich nicht muss, will ich jetzt nicht unbedingt noch einen Fuß in Talusa setzen. Ist dieser Sarkophag wirklich wert? Ich meine, findet man eigentlich normalerweise einen Toten drin? Nun ja, er ist ein Meister Dr. Bramaki. Ihn zu fragen wäre schon eine Reise wert, aber wie gesagt, ich bin nicht sicher, wo wir ihn finden sollen. Nun, vermutlich im Palast, wo man uns einen Kopf kürzer machen würde. Vermutlich. Ist auch kein Gebäude, das man unbedingt von innen sehen muss. Ach ja, ihr wart ja schon einmal dort, nicht wahr? Hm, ja, nicht allzu lange. Das war ziemlich chaotisch. Aber so wie ich mitbekommen habe, scheinen da auch magische Fallen sich dran zu befinden. Also, hm, nochmal muss ich da nicht rein. Ich denke auch, dass wir bereits zu viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Vor allem ihr, Kanizitianer. Ja, 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 das stimmt natürlich. Ich, nur, wo wir jetzt gerade es fast geschafft haben, ist es natürlich besonders störend. Ich meine, wir müssten ja nur kurz nachgucken, das ist ja das Schöne. Die Prophezeiung spricht ja davon, dass er jetzt wiederkommt. Ja, nur dieses kurze Nachgucken könnte euch sehr gut euer Leben kosten und uns dazu. Ja, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Also, was machen wir wieder aufs Boot? Da haben wir hier noch irgendwelche anderen Gräber zu öffnen. Ich denke, unsere Aufgabe hier ist getan. So interessant die Wandmalereien waren. Ich denke, es ist das Risiko nicht wert, dass wir uns noch einmal in die Stadt begeben. Wir sind einfach zu auffällig. Wir würden uns vermutlich schon am Tor entlarven. Naja, dann lasst uns endlich von hier verschwinden. Ja, man sagt es. Ich vermute, unser Boot müsste uns irgendwo weiter oben einsammeln, oder nicht? Nun, wir gehen jetzt zurück zur Schaluppe und dann segeln wir mit ihr zurück zur Avianda. Ja, aber es fährt eine Schaluppe nicht gerade den Fluss rauf und runter. Nein, nein. Warum sollten Sie das tun? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte Pfarrermut doch dort warten. Dann erinnere ich mich falsch. Nun, also gut. Dann klatschen wir in die Hände und los geht's. Und so könnt ihr vom Gräberfeld aufbrechen, ohne etwas Neues herausgefunden zu haben. Zumindest durch Schicksal von Duntjaban scheint nicht abgeschlossen. Weitere Dinge hättet ihr noch herausfinden können. So jedoch brecht ihr auf zum Talosim nach Norden. Dort findet ihr nach kurzer Suche auch eure eigene kleine Schaluppe mit Pfarrermut ibn Benayman und dem Kadi, Tamayat ibn Itobal, die sich dort unterhalten und euch dann eben an Bord kommen lassen. Pfarrermut selbst wird es sich auch nicht nehmen lassen, die Schaluppe von euch aus dem Talosim herauszusteuern, durch den Hafen von Talosa selbst hindurch, bis ihr dann an eurer Avianda anlegt. Und einzeln dann nach oben klettern könnt. Ja, dann willkommen auf der Avianda. Ein stattliches Schiff. Ich werde euch gleich einmal Efanora und Havulgard vorstellen, wenn wir an Decks sind. Bitte nach euch. Er nickt und bittritt dann das Hütten-Deck. Schaut sich kurz um. Tamayat wird es ebenso tun. Und dann wird er darauf warten, dass ihr nach und nach selbst in den Kajüten verschwindet und die wichtigen Personen holt, die ihr braucht oder nicht braucht. Ja, ich winke erstmal Efanora und Havulgard heran und stelle ihn vor. Havulgard eben Benayman. Meister des Flusses. Es ist mir eine Ehre. Weil Swafnir, ich hoffe, ihr konntet euch benehmen. Ja, dies ist unsere Swafnir-Geweihte Havulgard und dies ist Efanora. Eine Effat-Geweihte wie ihr. Hallo. Ja, ich komme von einer anderen Küste. Schön, den Meister des Flusses zu sehen. Immerhin ein Gewässer-Priestern in diesem Schiff nimmt langsam Überrand. Von uns kann es gar nicht genug geben. Ja, wenn man bedenkt, was unser Plan ist, auf jeden Fall. Und wir Gewässer-Geweihte müssen ja keine Angst vor einer kritischen Essenz haben. Äh, tatsächlich ist die Aussage bislang unbewiesen. Aber ich werde euch jetzt nicht mehr die Theorie langweilen. Nun, zumindest sind keine größeren Katastrophen bekannt, die auf eine derartige Konstellation zurückgeführt werden können. Hier sind eine ganze Handvoll größerer Katastrophen bekannt, die ihren Anfang daran nehmen, dass zu viele Geweihte an einem Ort waren. Nennt mir nur eines. Nennt mir euer bestes Argument. Der Verlust von Valkir-Zorn-Brechtsregion. Die gesamte Misere, in der wir uns hier jetzt gerade befinden. Eine ganze Brandbreite an, sagen wir, sehr verlustreichen Kreuzzügen ins Novodiland. Manchmal reicht ein einziger Bohr in Geweihte. Nun, selbstverständlich. Was denkt ihr denn, wer in der Land verwaltet und schaltet? Da waren nicht viele Geweihte vorhanden. Nun, ich habe gelernt, der Patriarch ist neutral. Selbstverständlich ist er das. Das war er damals nicht. Aber ich werde mich jetzt auf das obere Deck begeben und einige Worte mit der Fanora wechseln. Oh, darauf freue ich mich. Das ist schön. Erzählt mir von eurem Fluss, dem Talosim. Sag da mal, Kapitän, ja, wo wollen wir sie einquartieren? Der Platz ist allmählich knapp. Also, wenn der Kajüte die E-Mail gegeben hat, ist noch mehr als genug Platz, ein paar Hängematten aufzuhängen. Ich weiß gar nicht, warum eine Person noch so viel Platz haben sollte. Nun, ich meine, neben eurer Kajüte wären noch ein oder sogar zwei frei, Abelmir. Und nun ja, wir haben Diamantus-Kajüte geräumt. Das heißt, wir könnten auch da Leute unterbringen. Ich muss gerade mal schauen. Also, Idupal habe ich jetzt gerade einfach schon mal hier reingezogen. Ich glaube, Ronga wohnt da auch, ne? Aber Ronga wohnt irgendwo unten, weil er nicht oben wohnen wollte. Ja, Ronga wohnt, glaube ich, da und die ist, glaube ich, noch komplett frei und die Kaplanen wohnen auch alleine. Das ist das Zimmer von der ehemaligen Malerin. Die wird wohl von Abelmir im Schlag genommen und das von Diamantus, das Zimmer, das ist halt auch noch leer. Ja, also es würde sich jetzt ziemen, wenn der Kap... Ja, okay, wenn Mira da wohnt. Also, wenn die Kaplane nach oben zieht, beziehungsweise Havulgard nach oben und die beiden Eferdis dann zusammen. Das würde sich ziemen, dass dann eben Havulgard dann nach oben kommt. Erklär das mal Mira. Erklär das Mira. Also, ich sage nur, ihr könnt hier, ihr habt ja noch mehr Platz, ne? Und zur Not, selbst Itubal, ne? Der hat ja im Sumpf gewohnt, der kann dann hier auch unter der Decke in der Hängematte schlafen. Platz habt ihr ohne Ende. Naja, wir wollen ihn schon mit Respekt behandeln. Also, wenn wir ihn noch irgendwie besser unterbringen können. Ja, da, da. Ja, das klingt... Warum, du hast ihn doch im Sumpf schon nicht mit Respekt behandelt, dass du ihn verdroschen hast? Ich habe ihn mit Respekt behandelt. Mit Respekt verdroschen? Nein, das war respektvoll. Boah, gefühlt wie ein kleines Kind, den Mann. Ich muss gerade mal schauen. Kanazetiana ist jetzt auch wieder, ne? Der ist dann bei der Netia von Perikum untergebracht. Der ist ja auch neu. Es sei denn, ihr wollt ja wieder von Bord treten. Und jetzt, wo ihr ihn befreit habt. Er wäre einfach nicht. Will er denn hier bleiben? Ja, ja, ja. Der kommt jetzt mit nach Salem. Okay, ja, okay. Sehr guter Lehrmeister für gewisse Dinge. Salem ist natürlich ein Ziel, mit dem man ihn ködern kann, I guess. Ja, ja, das ist ja... Abelmir hat noch Gift zu Hause. Er wollte ja Abelmir helfen, seine Zeitreise zu vollenden. Also Abelmir, wenn ich du wäre, würde ich ja jetzt nach geriebenem Glas in meinem Essen suchen. Nur der Sicherheit teilweise. Er braucht mich auch noch. Ja, ihr könnt da zumindest in eure eigene Kapitänskajüte gehen. Havulgard kommt mit und Ronga tapert so ein bisschen wie selbstverständlich hinterher, weil er eben schon dabei war. Und dann steht jetzt zumindest erst mal alleine in der Kajüte von Sulamin mit Havulgard und Ronga. Gut, Havulgard, ich denke, unser nächstes Ziel wird Salem sein. Darauf könnt ihr euch schon einmal einstellen. Ja, darauf habe ich mich auch eingestellt. Ich habe Kapok bereits die Koordinaten berechnen lassen und wir wären aufbruchbereit, das wohl. Gut, dann sollten wir das auch bald tun. In der Stadt gehen seltsame Dinge vor sich. Und nun ja, so neugierig wir sind, ich glaube, wir sollten etwas Abstand gewinnen. Sagt einmal Ronga, dieser Nachtalp erwähnt er etwas von Reifen, die der König der Tiefen getragen haben soll oder immer noch trägt. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Voltax nicht auch irgendeinen Reifen mal an sich gebracht? Reifen? Und anschließend dann das Haus Garit verpfändet? Das von anderer Reifen, die Reifen Raouls des Großen. Ihr sprecht schon von diesem Sauberkönig. Moral. Frage aus dem Off, was sei ich aus dem Reif der Willen geworden? Den hatte Terra doch auch in der Wache. Nee, den haben wir der Nebenquest gegeben. So ist das, den hat Borne of Borns wie benutzt. Ja, ich erinnere mich wieder. So war es, okay. Also Reifen, Ringe. Ja, der Zauberkönig trug recht auffälligen Schmuck, aber offenbar hat es damit noch ein bisschen mehr auf sich. Wisst ihr darüber mehr? Also, ich sehe mir jetzt nicht wirklich wie Schmuck. Eher so, als würden die zu seinem Körper gehören. Vier von denen hatte er, glaube ich. Ja, hatte er. K7 hat einen von denen erwischt. Der ist dann einfach abgefallen, ein Eis zersprung, keine Ahnung. Es war ziemlich hektisch, ich konnte es nicht genau sehen. Versucht euch zu verhindern. Es ist wichtig. Ja, ich war ein Reifen, die Ringe, die konnte man auf jeden Fall erkennen, wie diese manche, wie heißt das, Quallen, ähnlich wie Quallen es haben würden. Es wurde von dem Eis getroffen und schien sich dann von seinem Körper gelöst zu haben. Er ist auch nicht nachgewachsen, also zumindest, wie ich gesehen habe, er ist ohne den weggeflogen. Er ist ins Wasser gefallen und untergegangen. Sehr gut, dann habt ihr da wohl schon etwas Vorarbeit geleistet. Ja, K7, sein Erfolg. Sofern man das denn aus solch verwuchen kann. Ich wusste damals noch nicht wirklich, was damit anzufangen. Und viel auszumachen, schien es ihm nicht. Ich konnte aber auch seine Gesichtszüge und Regungen nicht wirklich einschätzen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich ins Wasser gesprungen und habe versucht zu fliehen. Nun, ich fürchte, viel anderes ist euch auch nicht übrig geblieben und auf diese Artzeit ja immerhin noch am Leben. Sag das mal Travigor. Der war zu diesem Zeit, glaube ich, noch gar nicht Baron, aber der hat sich dem Ganzen mutig entgegengestellt und nur ein Schild und Schwert bewaffnet gegen dieses fliegende Ungetüm vor die Kiste gestellt. Nun, es hat nicht wirklich viel gebracht. Er wurde trotzdem gesprengt, aber so einen hellen Mut. Habe ich bisher noch selten gesehen. Beeindruckend. Also gut, ich werde mal nach oben gehen und Kapok den Weg vorgeben und dann werden wir die Anker lichten und aufbrechen. Auch irgendwelche anderen Dinge? Wie lange wir denn gebrauchen, der Film? Also es sind laut Kapok 690 Meilen. Aktuell bei der Suppe, die wir hier vorherrschend haben, schaffen wir, wenn es hochkommt, maximal 10 Meilen pro Stunde. Ich würde allerdings auch nur empfehlen, dass wir zur Zeit nicht die vollen 24 Stunden fahren, sondern nachts rasten. Das ist zu uns zu gefährlich. Wir können einfach nichts sehen. Sprich, wir haben 12 Stunden ganz grob, die wir fahren können. Müsste ich Kapok nochmal fragen, wie lange es dann am Ende dauert, aber das sind schon mal die... Etwa 5 bis 6 Tage, voraussichtlich. Ja, ungefähr. Deswegen fahren wir jetzt los. Das wohl. Ja, damit stapft sie nach draußen. Wuschelt noch einmal Tekala, der vor der Tür steht, über die Haare und schließt dann die Tür. Ihr könntest dann auch schon poltern hören, wie sie dann irgendwie durch das Holz gedämpft ruft. Alle auf ihre Posten, Segel setzen, langerlichten und dann über euch stapft sie auf dem Achterkastell herum. Tja, die Frage ist, ob er diesen fehlenden Reif mit Zeit wieder ersetzen konnte. Aber wenn sie so besonders sind, dann ist das sicher nicht ganz einfach, oder? Nun, wenn er ins Wasser gefallen ist, wird er Möglichkeiten haben, ihn wieder zu bergen. Wenn sie wirklich einen Teil seiner Macht beherbergen. Vermutlich hat die Zerstörung des Ringes ihm selbst noch keinen Schaden zugefügt. Aber vielleicht müssen erst alle 4 zerstört werden. Es wäre auch möglich, anhand des Ringes einen Fokuspunkt auf den Magier selbst darzustellen. Ich denke nur nicht, dass wir jetzt noch in der Lage wären, ihn in die Finger zu bekommen. Ihr meint den verlorenen 4. Ring? In der Tat. Denn selbst sollte er dich nicht geborgen haben. Rongan hilft mir aus. Wo genau fand dieses Ereignis noch gleich statt? Hm. Ähm. Egal. Ich weiß nicht, wo das ist. Und von daher nehme ich an, äh, Kapitania, dass es zu weit weg ist, um der Sache jetzt noch habhaft zu werden. Sollte er noch dort sein. Das müsste irgendwo nördlich von Garaz sein. Ich weiß auch nicht, wo das sein mag. Ich könnte... Mittelreich. ...au vielleicht an einer Meile einordnen, wo genau das... Und die Strömung ist am Dergel ziemlich stark. Zumindest war ziemlich stark. Ist das Mittelreich nicht da, wo Perikum ist? So ungefähr. Belastet euch nicht damit. Nun, dann ist doch das jetzt wohl noch zu weit weg für uns. Vielleicht finden wir in Silem in der Bibliothek Antworten auf die Ringe, wo sie herstammen und wie sie mit ihm verbunden sind. Vielleicht. Wisst ihr, man sagt sich, dass man in Silem genauso viel verlieren kann, wie man findet. Das klingt doch mal ein Gutgeschäft, oder? Na ja, weiß irgendjemand von euch mehr über Silem? Gibt es irgendwas, worauf ich achten muss? Ihr solltet nicht das Bier trinken. Es soll furchtbar sein. Das heißt, der Wahnsinn herrscht dort. Und es soll ziemlich unerträglich sein in der Stadt, weil die Dämpfe aus den Sümpfen hereinziehen. Oh, schlimm als Barber kann das willkommen sein. Ihr erinnert euch an die Gerüche in dieser Stadt, aus dem Sumpf? Furchtbar. Man gewöhnt sich dran. Naja, aber das klingt ja noch ganz in Ordnung. Träne ich das Bier und werde nicht verrückt. Das kriegen wir hin. Nun, die Stadt ist dafür bekannt, dass dort Menschen spurlos verschwinden. Noch mehr als in anderen Städten des Südens. Nun, dann sollten wir uns vielleicht nicht allein in der Stadt bewegen. Ja, aber wir nicht wieder irgendwelchen Fremden nachlaufen. Ich laufe niemals Fremden hinterher. Vielleicht sollten wir auch Voltax, nun ja, waren das eine große Exkultur, glaube ich, ist dort in der Stadt ansässig? Ja, wir sollten ein wenig auf uns achten. Er könnte sich mit seinen Ansichten in Schwierigkeiten bringen. Ich bin mir sicher, die Ortsansässigen werden sich als überaus teurer unterweisen. Nicht. Na gut, das mit Voltax klären wir vor Ort, denke ich. Ja. Es soll sogar einmal Akademie mal gegeben haben, die eigentlich geschlossen werden musste. Aber es ist nur ein Jahr. Versorgungsgründen könnte man sagen, der siebten Sphäre. Es gibt noch heute magischen Wissens in der Stadt, nur keine, die es wert wären, dass man ihnen zuhört. Was also ist eure Anlaufstelle in Salem, diese alte Akademie? Zuerst mal einmal die Bibliothek, vermutlich mal. In der Tat. Es gibt da einen Grund, warum nicht längst sämtliches vorhandene Wissen aus der Bibliothek geplündert und fortgeschafft wurde. Jede können also hoffen, auch das andere andere zu erfahren, auch wenn es natürlich in Risiken behaftet sein mag. Hoffen wir, dass wir alles finden, was wir brauchen. Sie soll riesig sein. Nun, vielleicht sollten wir das genau, was wir eigentlich brauchen. Wir suchen Informationen über Wajat. Die Ränge des Murudan. Information, geschichtliche Informationen über Wajat und das reichte Tiefe. Wir sollten vermutlich unsere Besucher nach Informationen auch auf diese Gonch-Mura selbst ausweiten. Das ist für den Fall, dass es hier nicht zusammenhängende Quellen gibt. Ja, wie gesagt, ein weiteres Spektrum. Wer weiß, wo wir was finden. Was ist mit eurem Zeitproblem? Da, wenn ich mich auch noch drum kümmern müssen. Ich habe gelesen, es gibt angeblich ein Tempel des Al-Mamut in Sulem. Hey, zur Information. Al-Mamut ist der Tula ur-chlorische Name für Satinav. Ja, es war uns aber bereits klar. Nun, danke dir, man kann nachschieben. Das sah etwas ratlos aus, oder? Ähm, ich höre euch manchmal nicht mehr zu, wenn ihr anfangt, über Bibliotheken zu reden. Was ist nach dem Satz Bibliothek gefallen? Ich war woanders. Nun, wir übersprachen unsere Pläne, was wir wo tun wollten. Ja, ihr wolltet in die Bibliothek und dann habe ich überlegt, ich müsste nachher noch meditieren. Aber das habt ihr bestimmt nicht gesagt, da habe ich nur drüber nachgehört. Also, wo wollt ihr hin? Wie wollt ich einen alten Tempel aussuchen, der sich angeblich in Sulem befindet? Einer Gottheit namens Al-Mamut. In Mittelreich der Kommandant als Satinav. Ja, aber mir, du willst schon wieder komische Freunde machen. Ich komme mit, damit du dir nicht schon wieder mit irgendwelchen Fremden mitgehst, die dich mit ihren Zauberformeln in ihren dunklen Gassen locken. Gut, wenn ihr das möchtet, aber ihr solltet vorurteilsfrei hineingehen. Naja, ich war noch nie vorurteilsfrei. Das meinte ich. Werde meine Ohren und Augen verschließen vor euren neuen Freunden. Es sind nicht meine Freunde, aber wir werden sehen. Vielleicht sind sie noch nicht meine Freunde. Ihr sagt immer, dass sie nie eure Freunde und trotzdem schreiben die euch Briefe. Und ihr ihn. Ja, interessant ist, oder? Ja, sehr interessant. Also, Abel mir will seinen kaputten Tempel angucken. Wir gehen in die Bibliothek, müssen wir da sonst noch was sehen. Es soll sogar einen König da unten geben, angeblich. Wie steht, Raphim zu Exen? Hast du irgendwie ein gesondertes Problem mit denen, oder ist es dir egal? Also, ich meine, du stört Raphim jetzt nicht. Er sieht halt Exen vermutlich eher so als Arena-Kämpfer an, nicht als wirkliche Zivilisation. Aber er würde die jetzt nicht spontan angreifen aus irgendwelchen Gründen, weil... Also, du hast keinen gesonderten Hass wie Boltax? Nö. Also, meine Ex ist ein richtiges Bonster. Also, meine Exen-Kämpfer an. Also, meine Exen-Kämpfer an.